Erleben Sie die Verführung Ihres Gaumens par excellence. Tafeln Sie mit der Welser Küche wie vor 450 Jahren. Gekocht wird nach den Originalrezepten der Augsburger Patrizia-Tochter Philippine Welser. Und die wusste so schmackhafte Dinge wie Spanferkel, Hochrippe, Kräutergans, Wildschwein und Hirsch auf den Tisch zu bringen. Mh, wie das duftet! Und für Kurzweiler zwischen dem 3-Stunden-Mahl sorgt standesgemäß der Minnesänger.